Hallo! Sind wir wieder da? Zumindest bei mir ich... Will auch mit! Ich will auch mit! Hey! Na, toll! Helpful, fast and easy. Ja, ja. Two for one, limited time only. Was ist das denn? Achso, das ist so ein Getränk. Lemon gun, yeah! Huch! Das nächste Upgrade wird auf jeden Fall für die Waffe sein. Hoch! Ja, Sport! Sport! Plünder werden sofort erschossen. Das ist keine Übung. Wir brauchen Sie sofort zur Evakuierung. Plünder! Wir brauchen Sie sofort erschossen. Das ist keine Übung. Wir geben Sie sich zur Evakuierungsrufe. Achtung! Ihr spricht direkt unter dem. Auf der Stadion soll der Notfall beantreten. Gemäß des Bürgerrechts verhänge ich Ihnen mit Abfassort des Kriegsrecht. Alle Sorge haben die Dachung zu rollen. Stasep... Hallo, wie viele Stasepiks kriege ich denn jetzt? Na, 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 na! Good things are happening, oder helping? Happening. Tide men. Ah, liars. Aha. Immer diese Geräuschkulisse. Das ist... Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Na, bitte. Na? Äh, ich will aber hier raus. Da sind Sachen für mich. Ach, Mann, oh. Ja? Ja? Ja, fein. Geht's jetzt weiter? Mad Demon! Nein. Isaac! Isaac, hier drüben! Wer sind Sie? Das sind die Drogen, Isaac. Sie gaben uns Drogen, habe ich hier vergessen. Aber alles kommt nicht. Ich weiß nicht, was uns da reden. Warum fucken Sie mich an? Isaac! Isaac, tausen Sie auf! Ich dachte jetzt eher, dass hinter mir irgendetwas kommt. Aber nack, 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 nack. Ist nicht der Fall. So düster und dunkel und... Ja, nack, nack. Lasst uns alle töten. Alle müssen hingerichtet werden. Nein, ich lasse meine Mutter nicht so weit! Ach, ne! Da möchte man direkt mal zu denen gehen und dann... Ich muss zu meiner Mutter. Ja, fine, fine. Okay. Wie groß die plötzlich werden. Na 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 schon. La-la-la-la-la. Auf in die Wäscherei! Nein, mit dem passiert doch nichts, ne? Da ist ein Mensch drin. ...Harpunengeschosse. Ach. Ja? Wir haben's ja dicke. Au! Weg! Interessant. ... ... Haaah. ... ... ... War mit dir jetzt irgendetwas? Irgendwie nicht. Hm. Komische Wäscherei. Und die nehmen mich einfach nicht mit. Wie soll ich das denn finden? Ich finde das ziemlich scheiße, dass die einfach wegfliegen. Aber so an sich, wenn die mehr beleuchtet wären und nicht so viele bluttriefende Leichen wären, wäre das eigentlich ein ganz schöner Ort. Würde ich eigentlich mal ganz interessant und schön finden, hier zu leben. Ist ja gut. Ist ja gut. Ja. Jetzt bin ich einmal rum. Aufzug. Nein, wir helfen nicht. L. Titan. Ach, wir sind jetzt schon Kapitel 2. Das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Huch. Gut. Titan, Teil 1. Serie, die Geschichte der Raumfahrt. Titanstation, die Eroberung eines Mondes. Teil 1 von 2. Die Planetenausschaltung wurde in den Dekaden nach der Entdeckung der allgemeinen Feldtheorie möglich, die es uns erlaubte, das Gravitron in der gleichen und gewohnten Weise wie das Elektron zu nutzen. Mit der Einführung von umfangreichen Anwendungen zur Gravitronsteuerung wurde den Abbaukonsortien schnell klar, dass sie ein neues Werkzeug an der Hand hatten. Schockpoint-Antriebe steckten noch in den Kinderschuhen, somit stand ein extrasolarer Abbaubetrieb nicht zur Debatte. Und die Gefahren der Planetenausschaltung waren noch unbekannt. Der Saturnmond Titan wurde als Standort der ersten Mondernte, wie es damals hieß, auserkoren. Saturn war gerade so weit von der Erde entfernt, wie die Konsortien gehen sollten, um noch vernünftig und zeitnah mit Materialien und Arbeitskräften versorgt werden zu können. Soll das jetzt heißen, wir sind hier jetzt auf dem Saturnmond? Saturnmond? Saturnland NASA Marker 2.0 Oder wie, oder was, oder wo? Wir speichern mal fix Wir speichern mal fix Wir speichern mal fix Magiefix Fix Fix Tschüss.